Ich bin Kind der 80er, bin da groß geworden mit Popmusik, Englisch, Deutsch und dann Schlager von zu Hause. Dann kamen Metal und Hardrock in der Schule dazu. Dann habe ich auf einmal Musical entdeckt und das war eine Melange, die war für mich unwiderstehlich und da kommt meine eigene Musik her. Die Band ist super, die Leute sind total cool, die Musik gefällt mir, ich höre die rauf und runter und freue mich hier zu sein und habe Spaß auf. Wir sind von Anfang an dabei, ich freue mich heute auch wieder auf dem Konzert zu sein, tolle Texte, intensive Texte, freue mich auf die Band, ein toller Abend heute. Karl hat auch schon als Solo-Künstler überzeugt, nun mit der Band haben wir jetzt die Chance wirklich ganz viele neue Dinge für die Bühne dann nochmal zu entwickeln. Texte müssen für mich berühren, die müssen ankommen bei Menschen und das sind Emotionen, das sind Lebensgeschichten, in denen man sich wiederfindet. Ich finde die Texte ganz toll, weil es eben nicht so schlagertypisch ist und das finde ich macht die Band auch gerade so besonders. Karl lebt das, was er schreibt und was er eben auch auf die Bühne bringt und das finde ich super, weil es authentisch ist. Macht mega Spaß, wir sind wieder hier so wie immer alle zusammen, singen alle mit und es macht einfach Spaß, tolle Gemeinschaft, toll. Ich bin Profimusiker und bin Arzt und bin das beides mit Leidenschaft, zwei Herzen und beide gehen nicht untereinander. Das eine inspiriert das andere, mit Geschichten in die eine Richtung, mit Energie in die andere Richtung und ich bin happy, dass ich beides habe. Ich hab keine Angst heute Nacht, ich hab keine Angst heute Nacht, wenn du bei mir bist. Ich hab keine Angst heute Nacht, ich hab keine Angst heute Nacht, ich hab keine Angst heute Nacht, wenn du bei mir bist. Ich hab keine Angst heute är nicht